Motor TV 22, ja eine Begeisterung heute hier bei der Familie Maurer, Maurer Motorsport und wir begutachten dieses Auto, diesen Audi A2 Quattro und hier haben wir zwei Legenden, die dieses Auto bewegt haben in den 80er Jahren. Der Franz Tehettner als Co-Pilot und der Wilfried Wiedner, der dieses Auto, den A2 bewegt hat und viele Siege eingefahren hat und auch den österreichischen Meistertitel. Wilfried, freut uns, dass ihr heute hier seid und wir dieses Auto heute so wie einweilen, wie eine Neugebote. Wilfried, kannst du dich noch erinnern mit dem Auto? Ja, erst einmal danke für die Einladung. Das war natürlich schon eine Zeit, wo man sagen muss, da hat zum einen der Motorsport und das Serenfahrzeug, was gemeinsam gehabt, nämlich Vorsprung durch Technik, Audi damals mit dem Quattroantrieb, der ja nicht nur im normalen Straßenverkehr Vorteile gebracht hat, sondern gerade im Rallysport. Je stärker die Motorisierung war, umso schwieriger war es, die Leistung am Boden zu bringen. Das war dann schon sehr eindrucksvoll, wie viele Siege da eingefahren worden sind und ich glaube, die Ära damals war richtig toll und ein Schub für den Rallysport. Und er durfte ihn hinweisen, wo er hinfahren musste. Franz, kannst du dich noch erinnern, wie das war, damals in den 80er Jahren? Natürlich kann ich mich erinnern. Es war ja so, dass ich ja im Team Wilfried Wiedner ja schon vorher tätig war und wir dann halt von 80 bis 87 gemeinsam unterwegs waren, also ca. 50 Rallys absolviert haben und natürlich auch irrsinnig erfolgreich waren, muss man schon dazu sagen, weil zweiter Platz in Argentinien, das muss man jetzt einmal hinkriegen und Grote war auch ganz toll. Nein, wir haben eigentlich recht gut zusammengefunden und ich glaube, es war auch die schnellste Zeit von Wilfried Wiedner, als ich ihm vorlesen durfte. So war's. Und dann haben wir jetzt heute hier das Legendenauto von Marco Maurer, der mittlerweile einer der Driftkönige ist im Motorsport der Legenden. Und es freut uns, dass ihr heute dabei seid bei der Einweihung des neuen Audi A2 Quattro, der Wiederaufbau nach einem leider schweren Unfall. Und da werden wir jetzt ein bisschen was von euch hören. Wir gehen jetzt rein und beginnen den heutigen Abend. Und danke, dass ich euch die Zeit genommen habe, heute hier mit dabei zu sein. Danke. Gerne. Diesen Bericht präsentierte euch das Autohaus Strasser in St. Gertraudi.